Guten Tag meine positiven Freunde, mein Name lautet Danny B-B-B-Bernic Und dieses Mal spielen wir weiter, wir sind in Level 34 mittlerweile angekommen, also schon ziemlich weit Ähm, wir spielen einfach weiter, ich bin jetzt nicht aus der Lobby rausgegangen vom letzten Part, sondern bin jetzt hier noch drin geblieben Hab einfach den Part vom letzten beendet und hab wieder sofort angefangen Ähm, und ja, wir spielen auf Slumski Äh, wir spielen wahrscheinlich mit der MSMC mit der Drachentarnung, weil die irgendwie alle wollen, keine Ahnung was da los ist Die wird wahrscheinlich mehr gemocht als die grüne Tarnung Das sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen, aber wir spielen diesmal mit der MSMC Okay, wir spielen diesmal wieder mit der grünen Tarnung Obwohl die hier nicht so shiny aussieht Aber ich find die voll edel, die ist so komisch irgendwie so Man, ich, mir fällt gar kein Wort dazu ein, so Glossy, das ist das perfekte Wort, glaube ich, dafür Ja, ich finde, er hat recht Der YouTube-Kommentator hat recht Also wer auch mal, du bist da draußen, du hast recht, diese Scheinung ist Glossy und Shiny Du bist quasi der beste Kommentator der Welt Wieso wirst du nicht als YouTube-Kommentator, wenn du so gute Kommentare schreiben kannst Du solltest geehrt werden für dein vorbildliches Verhalten gegenüber anderen Ja, definitiv, alles wird gut Da ist jemand Oh mein Gott, von hinten, scheiße Ja, scheiße gelaufen, ha Ich spiele heute schon so lange, ne Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, Alter Ernsthaft Am Anfang kann ich mich immer richtig geil konzentrieren Bin ich immer richtig konzentriert Oh, natürlich habe ich die Samtex drin Am Anfang kann ich mich richtig geil konzentrieren Das spiele ich auch, seht ihr, das spiele ich auch richtig gut Und wenn ich mehr Parts mache auf einmal Dann verlässt mich die Konzentration irgendwann Keine Ahnung, wo das liegt Oh mein Gott Oh mein Gott, der hatte leider, ja Ich dachte, er würde sterben Verdammt, nice Er hat irgendwas gestört, Drohne Ernsthaft, dafür macht man sich so Oh mein Gott, feindlicher Blitzschlag Nice So viele tausende Kills, Alter, für die Gegner Tadaa, Überraschung Mist, Scheiße, hat nicht geklappt Oh mein Gott, meine Nase juckt die ganze Zeit Alles juckt, Alter Die Gegner haben 1000 Kills, Alter Weil ich mir nicht mehr... Alles ist ungemütlich hier Alles ist gerade extrem scheiße Was macht der da? Oh mein Gott, wir kriegen die nicht tot Die Gegner sind die kleine Spasten Feindliche Ferne Entkladung im Einsatzgebiet Feindliche Ferne Entkladung im, äh Keine Ahnung wo, Alter, überall drin Mein Gott, beide habe ich nicht bekommen Ich muss mir langsam ein anderes Headset kaufen Und dieses soll ich, ähm Dieses müsste ich verkaufen, Alter Das ist so ungemütlich nach einer Zeit, ey Verpiss dich, Alter, du kleiner Camper, Alter Oh mein Gott, die Gegner sind zu gut Mein Team kann einfach nicht pushen, das ist das Problem Guck mal, wo mein Team ein 1 zu 4 0 zu 4 Guck mal, was er macht Er beschäftigt sich mit diesem rollenden Ding Hier, guck mal, was das kann Siehst du? Das kann das Drei Headshots... Das... Wisst ihr, was ich glaube? Das ist ein... Das ist definitiv ein Hacker Drei Headshots hintereinander In einer kurzen Zeit Der Hacks definitiv, Leute Der Hacks Ich glaube, der Hacks, Leute Hey, what the fuck? Okay, der Hacks, ja Definitiv Ich glaube, der Hacks Verdammt, Alter Für uns, ich hätte den bekommen Okay, jetzt sind wir noch mit 4, äh 4, äh, 4, äh Punkten im Rücksicht, äh Dings da Ich will jetzt das Wort nicht ein, irgendwie Oh mein Gott Der Camper Oh mein Gott, diese Camper So spielt man doch kein Call of Duty, Alter Lernen zu spielen, ey Ernsthaft Und ich hab ne Samtix drin Die wollte ich gar nicht drin haben Die kommen jetzt wahrscheinlich von hier Ja, die spawnen jetzt hier Oh, noch 3 Kills Mit 3 Kills im Rückstoß Können wir gewinnen? Gewinnen wir das Spiel? Schreib's in die Kommentare jetzt Gewinnen wir es oder nicht? Ich glaube, das Video schreibt jetzt hin Ich sage, wir gewinnen es Vielleicht Nein Scheiße, wir gewinnen es Ich sag, wir gewinnen es Wir haben so aufgeholt Wir müssen gewinnen Komm schon, komm schon, komm schon Ich geb mein Bestes Ich geb mir jetzt mein Bestes, okay? Mein Bestes, wirklich jetzt Nein, das ist nicht mein Bestes Das war nicht mein Bestes Nur mal ein Punkt, ein Punkt Ja, ja, wir sind Gleichstand Wir sind Gleichstand Können wir gewinnen? Das ist hier die Frage Können wir gewinnen? Oh mein Gott, wir haben immer noch nicht aufgeholt Wir haben immer noch nicht aufgeholt Komm, komm, gib Gas Gib Gas, gib Gas Gib Gas, gib Gas Da ist einer, da ist einer Nein Komm schon, Teamate, Teamate, Teamate Teamate, Teamate, Teamate Teamate Okay, Samtex, Samtex Super Damit der 100% nicht stirbt Stopp, stopp, stopp Gut, den haben wir bekommen Den haben wir bekommen Kein Problem Schnell nachladen Oh mein Gott, wir müssen gewinnen Komm schon Ich will unbedingt gewinnen, Alter Oh mein Gott Oh mein Gott, die führen immer noch mit einem Kill, Alter Scheiße, sind die hartnäckig Oh mein Gott Ich müsste eine andere Waffe nehmen Ich Ach, scheiße Ich schaff's einfach nicht Dann nicht zu sterben Gott bin ich scheiße schlecht, ey Unglaublich Unmöglich Diese Connection, Alter Er sieht mich viel früher, als ich ihn sehe Komm, Teamate, bitte Bitte Eigentlich sollte man da echt nicht reingehen Da ist er Kill ihn, kill ihn, kill ihn Nein Verdammte Scheiße Ich krieg's nicht hin, Alter Oh mein, die brauchen noch drei Kills Bitte Gnade Mercy Oh mein Gott Ich bekam Bock mehr auf die Spiele, Alter Oh mein Gott Das war so campy, Alter Okay, Zeit für eure Kommentare, Alter Damit ich noch schlechte Laune bekomme Und nicht Spaß Scherz Ähm Auf Tarn-Tarnung will er eine Irgendwie Alles dreht sich hier um Tarnung Bei diesem Part, Alter Habe ich eine neue Tarnung Und alle wollen jetzt neue Tarnung mal sehen Jetzt sehen wir mal in den Kommentaren Tarnung, Alter Zombie Tarnung Okay, lass mich die mal sehen Die will ich jetzt sehen Mal sehen Zombie Tarnung Ach hier Ach nee, die ist ein bisschen langweilig Finde ich nicht so gut Die Dachentarnung sieht gut aus Vor allem, ich will die auch mal gerne auf anderen Waffen sehen Aber auf der finde ich persönlich Ähm Die Tarnung am besten Finde ich persönlich Habe ich schon wieder ohne Aufsätze gespielt? Ernsthaft? Nee, ne? Gut, wir wechseln mal die Lobby Damit wir mit diesen Missgeburten nicht spielen müssen Gut, wo sind wir jetzt hier gelandet, Alter? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall eine gute Frage Oh, Uplink Geil, Alter, nice Puh Also ich weiß, viele Leute wollen die Gamer Position sehen Unsere Mission darf nicht scheitern Die Gamer Position ist aber eine Position Die geheiligt werden muss Und meine Unterhose ist wieder falsch, Alter Meine Boxersword, äh Die nimmt zu viele Drogen Beziehungsweise zu wenige Komm her, komm her Wo sind die alle? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Die spawnen hier, die spawnen hier Die Oh, nein Oh mein Gott Verkack ich Ohne Scheiß Ich werde eigentlich nicht aggressiv, ne? Aber wenn mich ein Sniper killt Aus nahe Entfernung Obwohl ein Sniper eigentlich dazu da ist Um Leute aus, äh Weiter Entfernung zu killen Dann ist für mich irgendwas falsch In der Welt Oh mein Gott Dann ist irgendwas falsch Ernsthaft Ich weiß nicht Diese Waffe hat so viele Vorteile, ne? Zum Beispiel das große Magazin Und so weiter und so fort Aber irgendwie Gebe ich mich nicht zufrieden mit dieser Waffe Keine Ahnung Ist nicht so eine gute Waffe, finde ich So mit eigentlich doch Mittel Ich weiß nicht Vielleicht ohne Schallnöpfe ist die besser Ich glaube, die ich ohne Schallnöpfe stärke Oh mein Gott Ich nehme die Waffe nicht mehr Ich nehme meine schöne M Ist im C mein Baby Kein Bock mehr auf die Scheiß, Alter Ich mache das nicht mehr mit Komm, wenn ich sterbe Juckt mich nicht Weil ich endlich meine Waffe haben kann Ich habe jemanden gestackt, lol Ich habe jemanden ermordet Oh mein Gott Wisst ihr was? Ich bin auf so einer geilen Streak, Alter Und da kommt natürlich Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr den hört Aber der redet italienisch Das ist mein Team Ich habe jemanden in unsere Wächser Hier mal hat man auch Hallo? Bist du runtergefallen? Da ist runtergefallen, lol Tada! Flick! Ah, wir haben die MSM-C jetzt, gut Okay, da soll ich mich nicht anlegen Ich habe keinen Bock ohne Scheiß auf diese Scheiße Ich habe keinen Bock ohne Scheiß auf diese Scheiße Nice Alles wird gut Der hat so viele Drohungen genommen Kein Problem Oh mein Das bedeutet, alles wird gut Das bedeutet, alles wird gut Das bedeutet, alles wird gut Sag das zu eurer Lehrerin, wenn sie wieder Probleme hat Wenn sie mal wieder ihre Drohungen genommen hat Alles wird gut, Frau Lehrerin Alles wird gut Glaub mir, dann kriegt ihr sofort Einsen Überall Danny, der Tippgeber Ich weiß, wie man Tipps gibt den ganzen Schülern dann draußen. Definitiv der beste Tipp ever. Oh mein Gott, ich bin so sauer gerade, ne? Ich bin da richtig wütend, keine Ahnung. Auch richtig verzweifelt, muss ich sagen, keine Ahnung. Ist halt einfach so. Ich glaube, ich sollte einfach mein Training jetzt durchziehen. Ich mache so eine lange Session schon wieder, ey. Ich schocke schon wieder fünf Parts oder sowas. Seht ihr, sowas passiert halt, wenn man so lange zockt. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Oh, AK. Die soll ich aufheben. Oh, coole Tarnung. Bolz-Tarnung, nice. Oh, Dragon Ball aber. Guck mal, geil. Lol. Cool, Alter. Nice, ey. Sieht geil aus, oder? Schaut euch das mal an. Richtig krass, Alter. Ich will die Waffe gar nicht mehr weggeben, ey. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen einfürchtig. Oh, Mann. Ich bin auch einfürchtig auf ihn, dass er so eine coole, äh... Dings hat. Ich hab nicht sowas cooles. Ich will auch sowas cooles haben. Ich will auch sowas cooles haben. Keine Ahnung, wie ich das stelle, aber ernsthaft nicht. Ach na, super, kleiner Wichser, Alter. Lernt spielen, ey. Oh, mein Gott. Jesus, bitte steh mir bei. Auch wenn ich nicht halt nicht glaube. Bitte steh mir bei. Bitte sei einfach da. Hater haben einfach kein Leben und müssen unbedingt, weil sie kein Leben haben, auf deinem Channel und dann Dislike oder sonst was draufklatschen. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Du hast immer recht. Sag mal, gibt es auch einen Moment, wo du mal nicht recht hast? Nee, ne? Ja, gut. Wir haben gewonnen. Zum Glück wenigstens das. Das wird unsere Generäle zufriedenstellen. Joa, auf jeden Fall. Gut. Wir nehmen jetzt die... Ich sollte mal eine andere Waffe nehmen, glaube ich. Wisst ihr was? Wir spielen noch zum Schluss eine kurze Runde frei für alle. Wir werden aber mit einer anderen Waffe spielen dieses Mal. Mit der? Geil! Oh, Mann, die ist echt geil, Alter. Ich mag die gerne. Hab noch keine Aufsätze für die. Shit, Orbital-Satellite hab ich immer noch nicht. Level 42 erst. Noch sieben Level. Das geht schneller, als ich erwartet hätte. Vielleicht sollte ich mehr am Tag zocken, Alter. Vielleicht soll ich meinen ganzen Tag durchzocken. Da hab ich alle Parts gleich auf einmal. Kann ich die alle auf einmal hochladen? Dann müsst ihr nie wieder was anderes machen. Könnt nur gucken. Und die ganze Zeit. Gut, ähm... Nehmen wir jetzt die Waffe. Die ist geil, Alter. Boah, cool. Mit der Tarnung sieht die echt cool aus. Ist zwar nicht die beste Tarnung, aber YOLO. Aber ich mag die Waffe ziemlich gerne, muss ich sagen. Die ist cool. Fände ich gut. Ich hab noch keine Aufsätze für die, leider. Aber die ist halt so ultrapräzise. Das ist halt das Gute. Seht ihr? Die ist halt richtig präzise. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Verdammt. Oh mein Gott, scheiße. Für sowas ist die halt nicht so gut. Er hat jetzt mit der MP7 gewonnen. Also wir haben gleichzeitig ungefähr geschossen. Aber er hat mit der MP7 gewonnen, weil das eher so eine Waffe für, äh... Nahkampf ist. Aber mein Auge juckt, Alter. Scheiße. Kann ich auch dich ermorden, Alter. Cooles Schubfind, Alter. Ich geh jetzt mal weg kurz, weil ich hier nicht bleiben will. Ich mag es nicht, an einem Ort zu bleiben. Oh, scheiße. Von hinten. Mist. Egal, wir haben unsere Drohne, was meinem Team helfen wird. Drohne hilft dem... Wir haben verloren. What the fuck? Ach, ich hab auch so, wir sind Team-Def-Match gespielt. Die sagt, ich spiel frei für alle. Okay, schade. Schade, schade, schade 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 6 zu 2 ok wieder eine 3 KD ich kann auch mal kurz nach meiner KD gucken oh mein Gott ich sehe gar nicht wo ich meine Gesamt KD sehe ok mal gucken aber ihr müsst nicht alle in die Kommentare schreiben wo man das sehen kann ok ihr könnt ruhig die Kommentare liken der eine der das geschrieben hat weil wenn es 1000 mal drin steht AT-Verhältnis, ich weiß gar nicht. Nee, das hat nichts damit zu tun. Nee, das ist nicht die KD. Sonst würde ja da KD stehen und nicht AD. Sonst würde ja da KD stehen und nicht AT. Volltreffer insgesamt 91, voll wenig, Alter. What the fuck? Punkteserien. Okay, die Drohne habe ich am meisten. Bestenliste. Gibt es hier irgendwie eine gesamte? Nee, gibt es leider nicht. Gibt es wahrscheinlich hier irgendwo. Ach, hier wahrscheinlich. Nee. Mal sehen. Team Deathmatch. Habe ich eine 2,34er KD und frei für alle eine 1,91er. Herrschaft habe ich nicht so oft gespielt. Da geht es auch nicht um KD. Und vielleicht können wir im nächsten Part mal so eine Tücher und spielen. Ich bedanke mich herzlich für das Zuhörenschauen. Bitte einen mit einem Daumen nach oben bewerten. Wenn es euch gefallen hat und abonniere jetzt meinen Kanal um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.